Mein Name ist Herr Reinicke. Ich bin der Besitzer des Hotels Marienhof Baumberge. Wir liegen in der landschaftlichen schönen Gegend der Baumberge, eines der schönsten Ecken des Münsterlandes. Sie befinden sich hier auf dem neu eingerichteten Swinggolfplatz. Unser Haus verfügt über 25 komfortable Doppelzimmer mit allen Annehmlichkeiten und zusätzlich hat jedes Zimmer einen DSL-Anschluss, den wir kostenlos zur Verfügung stellen. Wir bieten eine traditionelle, gute, gehobene Küche mit mehreren Restaurantmöglichkeiten. und einem Feiersaal, der bis zu 190 Personen ausgelegt ist. Hier werden sehr schöne Hochzeiten gefeiert. Unser Haus verfügt über einen sehr schönen Biergarten, einen sehr schönen Innenhof.